was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute minecraft crash landing zusammen mit dem bunny den ranzer und den robert so wollen wir nicht stehen geblieben ich darf erst mal er war so lange nicht da und wir haben viele quest abgeschlossen das maschinenrahmen kann man immer gebrauchen oder ist so ein kern besser maschinenrahmen ich brauche was brauche ich denn okay dafür doch noch was ich brauche mal ein bisschen papier ich brauche mal eine schöne gescheite spitze ich muss erstmal was essen hier ach ja was brauche ich denn noch dazu ähm bronze, werferkrett, ein invakampfschraubenschliff, ach nee das ist noch die legierung ist auch noch nicht fertig alles das ist auch noch nicht fertig das ist auch noch nicht, aber schon angefangen Plastikfolie muss noch gemacht werden, okay darf ich wahrscheinlich gleich alles machen so bunny, kann ich von mir aus jetzt eine dacke machen ah hier fehlen nur irgendwelche schablonen, fällt mir gerade auf ich habe meine gerade aus flink gemacht ich habe meine gerade aus flink gemacht okay äh 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 was brauchen wir? lightning plant seeds, so eine pressure gauck oder wie das ausgesprochen wird nein Reward bag Reward bag okay bin ich jetzt Panne oder was? so grünes Plastik, Maschinenupgrade speed oder äh speed speed, okay ich habe Enderplant Seeds Oh Compressed Iron Ingot, Transistor oder Kappa- 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 diesen blaue Ding da kann ich nicht aussprechen welche quest? ach nee, Entschuldigung, alles frei welche quest? ach scheiße ach scheiße was denn? auch alles äh, Printed Circed Board oder Plastikfolie? Printed Circle Board okay, damit wäre das hier erledigt gut ah, ich habe 32 mal Knochenmehl noch bekommen das packe ich mal wohin am besten überall und nirgendwo, weißt du doch äh, hier unten kannst du alles in die Kiste räumen und wir müssen das Lager-System noch weiter ausräumen welche Kiste? ja erstmal alles da in die Kiste dahinten, hier, da in diese ah, in die, okay ähm alles rein? ja, alles was du nicht brauchst weil das wird dann automatisch ins Lager-System einsortiert jetzt weiß ich wo ich das letzte mal stehen geblieben bin beim Lager-System so, wir kommen von hier, gehen nach hier gehen hier hoch, gehen wieder zurück und gehen dann einmal rüber äh, wo seid denn jetzt alle? oh, draußen grad weg ouch ich bin auch, ich bin auch grad draußen ich hole grad ein bisschen, ähm dust der Stein brauchte ich noch, Cover ich probier mal, dass wir ein paar Diamanten mehr rauskommen wir haben ja hier schon bei uns ne richtige Festung finde ich keine Viecher kommen rein, nix ne, das ist auch das Wichtigste mit ja, da hab ich, muss ja echt mal sagen, äh, hab da gut gemacht ja, du warst ja so lange nicht mehr hier ja, genau ja, Entschuldigung, Arbeit und alles das ist... das ist... das ist... das ist... das ist... mitten in der Ausbildung ich muss auch mal was lernen im Leben ach, der Zug ist bei dir abgefahren ich wollt's grad sagen, dann haben wir doch was verbrennt das hast du ich? der Zug ist durch bei dir ja, du kennst nicht mal alle, äh, Bundesländer in Deutschland ne, weil es reicht, dass ich weiß, dass wir 16 haben nicht gar nicht sicher ganz sicher? ganz sicher Malle zählt nicht was zählt nicht? Malle Mallorca ja, ja ich hab's gefunden, ich hab die Abbau, ne? jo, mhm brauchen wir irgendwas spezielles? äh, was wir noch brauchen von dem scheiß hinten Wechselskompanie auf dumme Ideen du kannst das Ding mal da hinten so weit umbauen, dass das automatisch ohne Druckablauf, äh, da an und rein und raus geht die Dinger da einbauen komm grad nicht, die Schleusen ne, dafür brauchen wir ja den Schraubenschlüssel jetzt weißt du, was du bauen kannst den Schraubenschlüssel? ja die elektrische Ranch äh, die wird wahrscheinlich auch einfach zu machen sein, oder? ja du brauchst orange und Farbstoff ja oh ne doch welches Sieg bräuch ich da für nochmal? guck ins N.E.E. N.E.E. ist dein bester Freund gut so, auch wie sie baut oben ab, gut ja vor allem wie schon der Farbstoff rosenrot und löwenzahngelb oder irgend solche Plänzi die das wollte ich sagen haben wir rosenrot? ja, haben wir das weiß ich sogar müssten wir haben haben wir ja wir hatten in der ersten Folge, wo ich glaube ich mit dabei war haben wir rosen bekommen oder eine ja, haben wir sicher? sicher? jetzt sag nicht, wir haben kein rosenrot bist du dir da ganz sicher? ne, ganz sicher ja, dann such mal wahrscheinlich genau hinter dem Brett vor dem Block ja, Leute, damit ist das Let's Play beendet ne? wir kommen da nicht mehr dran weil die Diamond Spitzhacke noch fehlt ja so, äh Dings brauchen wir ja nicht, ne? aktuell die Lies ja, wie mache ich das dann mit dem Franzer ich werde jetzt keine Rosen fangen da kannst du klicken Franzer ja du weißt auch wie man Rosen macht ja, ja, ich werde das jetzt nicht gut, okay Risi mitkommen mit Risi machst du Rosen, aber das würde ich mir Gedanken machen ne, der darf mir dabei helfen du bist heute Morgen aufgestanden, gegen Türrahmen gelaufen oder das ist bei dir los, ey? Ganser anwesend wo bist'n? hinter dir Wollte Rose kaufen? oh ja, bitte Wollte Rose kaufen? oh ja wo ist die jetzt her? da muss ich die ganze Zeit drin, Mann, aber du guckst ja nicht in alle Kisten du bist so ein Arsch, ne? warum ist er denn der Arsch? du hast doch nicht geguckt ich, ich hab so vergessen so, äh, Cuplestone so, irgendwas ich brauche ne Aufgabe äh, Löwenzahngelb danach kannst du suchen schon gut hab ich schon gemacht das scheint, dass man nicht brauchen kann, ey ja wir brauchen noch andere Sachen kann man den Scheiß noch irgendwie züchten? was denn? die Rosen die Rosen kannst du nicht züchten scheiße scheiße wir müssen uns aber nicht alle auf einmal verbrauchen ja, ich weiß ich will nur alles rausnehmen, wenn das jetzt keiner wegnimmt ich kenn' euch ähm äh, Ranzah, du bist der Einzige, der das Zeug braucht ich kenn' euch, sagt er wieso sollten wir dir das wegnehmen? du bist der Einzigste, der es gebrauchen kann aber was braucht'n paar? lass' mal unsere, unser, unser Garten hier mal ein bisschen vergrößern, oder? äh, den, was? ja, ich will den umsetzen ach, du willst den umsetzen, wohin denn? ja, ich will den ins Eck irgendwo setzen mal gucken dann lassen wir hier noch die Lebensmittel oben hüben ich denke mal, dass ich da hinten hinsetze hinter die Kakteen ok was wurde denn hier gebaut? was sollte ich jetzt eigentlich bauen? was? was? du solltest eine Ranch bauen die elektronische Ranch und die Ladestation für Pneumatik welche Nummer hat die denn nochmal? gucken sonst hast du ja nichts mehr Aachen im Kopf wie wie, da ist ein Aufgang, ne? ja, aber da kamst du hier nicht rein kamst du nicht rein? äh, ist das die, äh, die Pneumatik Ranch? ja ja weil die brauchen wir ja, um dann halt da bräuch ich ein R-Kanister scheiße grau ist Plastik was haben wir denn jetzt hier? Mangos ach, das hat ja den Uschi alles gemacht, ne? ähm ja wir brauchen wir brauchen laberst du von wegen mit orangenem Farbstoff, Bungie? ne? war das nicht orange? ne, grau und grau ist ja noch anders grau kriegst ja leicht grauer Farbstoff, sowie Gras sieht's da kriegste Börsplans sieht's raus genau äh nein, den orange brauchst du nachher für die anderen Maschinen, deswegen ja dann mal nochmal zurück und jetzt wo es erwähnt wieso hab ich denn auch einmal das hier auf Holz? da lässt der mich da stundenlang danach suchen ja, und? du guckst ja auch nicht nach mhm hättest du nachgeguckt? das erste was ich mache ist erstmal ein Hebel hab ich schonmal eins warte mal welche anderen Maschinen Laser scheiße 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 den Assembly Laser, ne? brauche ich einmal rosenrot brauche ja auch nichts Orangenes und was war das andere für eine Maschine? hä? jetzt machst du mich langsam nur der Laser? da waren doch zwei Maschinen die man brauchte, oder? die sind bei mir orange der Assembly Laser der ist zwar orange ja aber ich brauche irgendwo du brauchst da auch die Assembly Plattform und die Assembly Plattform braucht Orangenes Plastik aha und Orangenes Plastik kriegst du aus? wer klaut denn immer mal eine Erde daraus sich da machen will? Orangenes Sieb und so alles klar ich hab mir gedacht ich nehme es einfach ja ne ist auch ok du wusstest doch irgendwo brauchst du orange für ich wollte den auch dir helfen den Garten dann zu verlegen deswegen hab ich gedacht machst du schon mal Erde ja dann mach dir ne Schere und schneid hier die Leaves ab dann kannst du die auch wieder zur Erde machen das ist wohl wahr ich hab gerade jetzt wie hineingeballert da mach ich haben wir haben wir Grass Seeds ich würde jetzt tippen ja scheiße haben wir nur noch eine Eisenbahn da hab ich echt keine gefunden weil dann mach ich nicht die weiß ich nicht dann guck mal dann guck mal wenn nicht weißt du wie du grad siehst Chris wie denn? ich weiß das echt nicht mehr wir alle durch sieben ok hier ist ein Bache ja einer ist zwar oben an der an der Truhe da äh Hallo Iron da haben wir doch ja 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 davon haben wir genug siebt ja auch die ganze Zeit da durch das Ding so da krieg ich mal wieder 16 Blöcke ich brauche erstmal noch ein bisschen Pisten äh Barrels 16 Bachen meine ich so so ja hier draußen ist doch noch genügend Eisen da ist echt keine wo denn? also hier hinten am Ofen ach der Ofen ja hm da war ich so selten wohnen die wohnen keine grad siehst denn? wir haben auch krass noch nicht so viel durchgesiebt aber äh du suchst grad siehst ne? ich guck auch gerade durch die Kisten hm ok dann suchen wir weiter so Freezy komm mal her wir haben keine ja ähm ich guck gerade eingesehen ich hab auch welche ich hab auch welche war das ein gesehen? ja ich habe gerade einen Grasflieg gesehen ich hab ihn nicht gesehen das würde ich dir das nicht sagen also ich würde erstmal sagen wo willst du wo hattest du schon einen Plan wo du die hinbauen willst? was äh was äh gartenmäßig jetzt? ja hab ich schon angefangen hinten im Eck alles klar aber lass uns den direkt auch ein bisschen vergrößern oder? würde ich jetzt mal behaupten? ja ich hab ja schon mal eine kleine Fläche ausgehoben ja sollte erstmal eigentlich ausreichen denk ich mal ne hier ist jetzt keiner dran da ist ja schon eine Drachenflucht äh Flucht Frucht darum habe ich mich schon wieder bereit erklärt das Monster Technik zu stehen gönne ich mir jetzt mal so lass das schmecken ach da hm toll der macht ja gar kein Essen voll so damit so jetzt muss ich nur gucken wie die äh züchter ach wir haben Nacht sag das doch mal einer war nicht wir haben Nacht dann kann man die Pflanzen ja nicht hoch züchten äh Frizi die Creeper-Planties kennst du schon? ja ja gut also ich meine wir sind schon bei vorge 30 also wir haben schon ein paar Mal gemacht einfach die werfen das Ding ja richtig weit weg so ach hier hinten ja alles klar Frizi ja kannst du mir doch helfen und zwar darfst du mal die ganzen Seats hier gleich rum fliegen einsammeln alle hinter mir liegen auch einige hinter mir liegen auch einige glaub so viel orangen Farbstoff brauchst du da oder 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 die die oder die reichen so kohle oder drin sein oder das gleich scheiße so ein großer baum gewesen ja gerade gedacht jetzt war hat jemand von euch ein eimer da mit der säure gefällt mir hier nicht so wenn da jemand rein watschelt na ja kann es ja nur du sein wir gehen da hinten ja nicht hin ich hab zwei eimer ich will das immer lustig wie er immer fragen sagt fragen stelle dann hat alles dahinten Cool, meine lieben Freunde, wir sind auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.